Ich hoffe, dass euch bei dieser Story die Kinnlade genauso weit nach unten droppt, wie es bei mir der Fall war. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an den Fall erinnern könnt, bei welchem ein Polizist einem fliehenden Mann von hinten in den Kopf schoss, weil vermutet wurde, dass dieser mit Marihuana handelt. Unter dem Artikel von Weiß dazu gab es viele Kommentare. Einer davon war ein Dealer und ein Polizist. Zwei Menschen, die es besser nicht wussten und sich einfach ihrer Emotion hingaben. Ein Gedanke der Vernunft auf irgendeiner Seite hätte genügt, um diesem Schicksal einen anderen Trall zu geben. Und bei all den Fragen um das Recht oder die Gerechtigkeit, bleibt zu guter Letzt dann doch nur noch die eine Verwirrung aller Verwirrungen. Wer ist diese Gesellschaft, die solch asoziales Verhalten wie ein geschwollenes Krebsgeschwür heranzüchtet? Die Antwort ist... du. Worauf ein anderer Kommentierer antwortete. Was für ein Bullshit. Hier geht es nur um einen asozialen Penner und das ist der Bulle. Bis auf den beleidigenden Part kann ich der Aussage von Moritz natürlich nur zustimmen. In diesem Fall ist natürlich ganz klar, dass hier der einzig wahre Übeltäter eindeutig der Polizist ist. Und jetzt kommt der Hammer. Jener Polizist, der damals die Tötung des vermuteten Dealers ausführte, fand irgendwie den Kommentar und zeigte Moritz den Kommentarschreiber deswegen an. Und, jetzt haltet euch fest, hat auch Recht bekommen. Moritz muss jetzt 1200 Euro Strafe zahlen. Wo leben wir denn bitte, dass man Angst davor haben muss, dass man von einem sogenannten Mörder angezeigt wird, weil man ihn beleidigt? Ist das jetzt eigentlich schon eine Beleidigung, wenn man ihn als Mörder bezeichnet? Mord ist ja eine absichtliche Tötung. Wenn ich vermute, dass der Polizist dem Typen niemals aus Versehen in den Kopf geschossen hat, dann ist das ja nur meine Spekulation und somit keine Beleidigung. Aber lasst uns noch ein paar solche lustigen Gedankenspiele machen. Erst vor kurzem entschied das Bundesverfassungsgericht, dass diese Fuck-Cops-Anstecker keine bestrafbare Beleidigung sind, weil das beleidigte Kollektiv zu groß ist. Da dürfte man also sagen, ich finde, dass Polizisten, die fliehenden, unbewaffneten Menschen von hinten in den Rücken schießen, Schweine sind. Das ist ja dann noch immer ein nicht zu kleines Kollektiv, das man da beleidigt. Vor ein paar Wochen wurde ja erst ein anderer unbewaffneter Typ von hinten von der Polizei erschossen. Oh Mann, es wäre doch endwitzig, wenn es T-Shirts dazu geben würde. Anstatt so ein A-Cup-T-Shirt müsste man T-Shirts drücken, wo vorne draufsteht A-Q-Wu-S-T-N-A-B-B und hinten, was es bedeutet. All Cops who shoot unarmed people in the back are bastards. Wenn man dann die Zielgruppe noch weiter einschränken würde und rein hypothetisch sagen würde. All Cops who shoot unarmed people in the back and sue people who insult them are bastards. Würde das wahrscheinlich schon als Beleidigung gelten, weil ja das Kollektiv zu klein werden würde. Also machen wir das Kollektiv wieder größer, denn ich würde sagen. All People, not just Cops who shoot unarmed people in the back are bastards. Oder wie sieht es eigentlich aus, wenn ich es als Frage stelle? Ist es dann schon eine Beleidigung? Der Polizist, der dem Kerl von hinten in den Kopf geschossen hat, ist ein Zonk. Oder? Ich weiß es nicht. Ist er das? Ist es ein Zonk? Oder eigentlich ein ziemlich cooler, lässiger Typ, der sogar ab und zu mal mit Danny Close it chillt und einfach nur einen schlechten Tag hatte. Ich meine, jeder von uns hat doch mal einen schlechten Tag und schießt unbewaffneten Menschen von hinten in den Rücken. Der, der das noch nie gemacht hat, wäre für den ersten Stein. Was würdet ihr sagen, Zonk oder cooler Dude? Eine schwierige Frage auf jeden Fall. Die Frage ist so schwer, dass man diese durchaus beim nächsten Deutschabitur stellen könnte. Oder wäre es eine Beleidigung, wenn man sagt, ich denke, dass dieser Typ irgendwelche psychischen Störungen hat und nicht mehr ganz normal tickt. Das ist ja auch keine Beleidigung, sondern meine professionelle psychologische Ferndiagnose. Wenn jemand einen anderen Menschen ausversehen tötet, würde man ja davon ausgehen, dass dieser dann damit erstmal zu kämpfen hat. Und dass dieser sich dann zumindest in die Ecke stellen muss und darüber nachdenken, was er getan hat. Aber nein, Mutterstaat hat sich für den kleinen Racker bis heute noch keine Bestrafung ausgesucht, nicht mal Pläsi-Verbot. Er bekommt sogar noch volles Taschengeld von Mama. Und wenn andere Kinder ihn ärgern, dann ist Mutter natürlich immer auf seiner Seite. Dass so ein Korb überhaupt einen Artikel von Weiß liest, ist überhaupt so der Hammer. Das ist so, als würden streng gläubige Menschen Bücher von Richard Dawkins lesen. Ich frage mich ja immer, wie das bei der Gerichtsverhandlung zugegangen sein muss. So, nächster Fall. Was haben wir hier? Polizist gegen Moritz Friedrich. Wenn ich das richtig verstehe, Herr Polizist, Sie haben vor kurzem einen unbewaffneten Menschen von hinten in den Rücken geschossen. Und Herr Friedrich hat Sie dafür beleidigt. Und Sie fordern jetzt hierfür Strafe für Herrn Friedrich. Natürlich muss ich mal ganz ehrlich am Anfang fragen, verwundert es sich ernsthaft, dass Menschen wegen so einer Aktion entrüstet sind und dass da auch Beleidigungen gegen sie verwendet werden. Wenn Sie das so sagen, hört sich das natürlich schon ein bisschen komisch an. Da haben Sie eigentlich recht, Herr Polizist. Das habe ich gerade schon ein bisschen komisch gesagt. Deshalb komme ich jetzt auch zu dem Urteil, Herr Friedrich, ein Tausender Strafe muss schon sein für die Aktion. Geil, Mann, geil. Damit ist der Fall geklärt, würde ich mal sagen. Und Herr Polizist, nicht vergessen, nachher gibt es Essen, gell? Mama hat gekocht. Aber hoffentlich nichts Ekliges. Nein, natürlich nicht. Für dich und alle meine anderen Kinder gibt es natürlich nur das Beste. Immer die Spezialbehandlung vom Feinsten. Ihr seid ja schließlich meine Lieblinge. In der heutigen Zeit finde ich es sowieso extremst fragwürdig, dass Beleidigungen übers Internet bestraft werden können. Bei Mobbing und Psychoterror ist das was anderes, aber bei solchen einfachen Beleidigungen? Stell euch mal vor, ich würde alle Menschen anzeigen, die mich schon unter meinen Videos beleidigt haben. Oder ein Anwalt, dem langweilig ist, der könnte einfach mal so ein paar YouTube-Kommentare durchforsten und dann zu Leuten sagen, Hey yo, hast du Bock, den Typen anzuzeigen, der dich beleidigt hat? Das ist echt absurd. Das sind doch nur ein paar Worte. Words are like bullets. Deshalb würde ich sagen, legalize insults, legalize insults. Wer jemand mit Online-Kommentaren beleidigen will, der sollte das dürfen. Obwohl ich natürlich strengstens davon abrate. Wenn ihr in eurem Kommentar beleidigt werdet, wird somit der ganze Kommentar abgeschwächt. Also kommentiert niveauvoll, mit Logik und nicht mit Beleidigungen. Gebt diesem Video 5 Sterne und wenn ihr euch für Drogen interessiert und nicht nur einen Open Mind habt, sondern auch einen Open Mind von draußen, dann abonniert diesen Kabal.